Bisher hatten wir bei der partiellen Faktorvariation die Produktionsfunktion als Ertragskurve dargestellt. Hier wird der Output in Abhängigkeit vom variablen Input Arbeit dargestellt. Wenn der Maschineneinsatz aber ebenfalls variabel ist, dann muss dies durch eine weitere Variablenachse berücksichtigt werden. Eine Faktorkombination aus 10 Arbeitseinheiten und 10 Maschineneinheiten ist in diesem nun dreidimensionalen Koordinatensystem ein Punkt in der durch die M- und A-Achsen aufgespannten Ebene. Verwenden wir die Formel der Produktionsfunktion aus unserem Beispiel, so ergibt sich bei dieser Kombination ein Output in Höhe von 10 Mengeneinheiten. Die Zuweisung beider Inputs zum Output ist dann ein Punkt, der in dem dreidimensionalen Raum schwebt. Wie lässt sich nun unsere Ertragskurve für den Fall darstellen, dass der Maschineneinsatz bei M gleich 10 fix bleibt und nur Arbeit variiert wird? In diesem Fall würde diese Kurve mit dem Output 0 auf der Maschinenachse beim Wert 10 starten und dann senkrecht zur M-Achse mit höherem Arbeitseinsatz nach oben verlaufen. Für jede andere Vorgabe von M lässt sich auch eine solche Kurve konstruieren. Ebenso kann man aber auch den Arbeitsinput festhalten, zum Beispiel bei A gleich 10 und nur den Maschineneinsatz variieren. Die zu dieser partiellen Faktorvariation passende Ertragskurve würde dann so verlaufen. Auf diese Weise lässt sich ein ganzes Gitternetz von Ertragskurven konstruieren, das eine Fläche in diesem dreidimensionalen Mengendiagramm aufspannt und so die Produktionsfunktion vollständig abbildet. Diese vollständige Darstellung der Produktionsfunktion wird auch als Ertragsgebirge bezeichnet. Besonders handlich ist eine solche Grafik allerdings nicht. Sie würden auf einer Bergwanderung sicherlich auch nicht ein dreidimensionales Modell der Alpen mit sich herumschleppen wollen. Um sich zu orientieren, verwenden Sie stattdessen eine topografische Karte. Diese Art der Orientierungshilfe kann man auf das Ertragsgebirge übertragen. Betrachten wir dazu die Höhenlinien in unserem Ertragsgebirge. Gleiche Höhe bedeutet hier gleich hohen Output. Diese Höhenlinien projiziert man nun nach unten in die Input-Mengenebene. Was wir nun vor uns haben, ist eine topografische Karte des Ertragsgebirges. Die Breiten- und Längengrade entsprechen hier den Input-Mengen von Arbeit und Maschinen. Die Höhenlinien sind nichts anderes als eine Schar von Isoquanten. Es gibt drei interessante Formen von Wanderrouten durch das Ertragsgebirge. Erstens. Entlang einer Höhenlinie, also auf einer Isoquante, tauscht man einen Faktor gegen den anderen genau so gegeneinander aus, dass der Output unverändert bleibt. Zum Beispiel bei x gleich 5, x gleich 10 oder x gleich 15. Eine solche Route bedeutet totale Faktorvariation. Bei der partiellen Faktorvariation führt die Route dagegen auf immer höher gelegene Isoquanten. Eine partielle Variation des Arbeitseinsatzes bei fixem Maschineninput entspricht einer waagerechten Bewegung. Eine ausschliessliche Veränderung des Maschineneinsatzes verläuft dagegen senkrecht. Aber es gibt noch eine dritte, produktionstheoretisch sehr interessante Route, die wiederum einer totalen Faktorvariation entspricht. Die Bewegung entlang eines Fahrstrahls aus dem Koordinatenursprung bedeutet, dass man bergauf marschiert, ohne dabei das Einsatzverhältnis der Faktoren, also die sogenannte Faktorintensität, zu verändern. Auf dieser Geraden hier bleibt das Verhältnis von Arbeit zu Maschineninput immer konstant 1 zu 1. Je weiter rechts oben man sich auf dem Fahrstrahl befindet, umso größer ist aber der Betrieb. Entlang dieses Fahrstrahls wächst die Betriebsgröße also bei proportionaler Ausweitung des Faktoreinsatzes. Ein flacherer Fahrstrahl steht für eine Betriebsvergrößerung mit höherer Arbeitsintensität. Der steilere Fahrstrahl bedeutet dagegen eine Betriebsgrößenvariation bei vergleichsweise hoher Maschinenintensität. Der steilere Fahrstrahl steht für eine Betriebsgröße.